Es gab übrigens vor ein paar Tagen eine hervorragende Doku im ersten Programm, wer hätte das erwartet bei der ARD, über den deutschen Ausstieg aus der Kernkraft. Da wurde die Frage diskutiert, ob wir vielleicht die Geisterfahrer sind, die glauben, dass alle anderen die Geisterfahrer sind. Weil um uns herum werden in allen Ländern Kernkraftwerke gebaut, vom hohen Norden Finnland bis Italien, nur wir schalten sie ab. Natürlich mit der üblichen deutschen Besserwisserei. Wir wollen ein Vorbild sein, wir wissen wie es geht und wenn die anderen uns nicht folgen, sind sie selber schuld. Naja, erstmal werden wir vielleicht im Dunkeln und im Kalten sitzen und uns darüber freuen, dass wir ein Vorbild sind und zwar ein ziemlich Schlechtes.